Hä? Wo machen wir hier weiter? Ich kann sowas überhaupt nicht. Ich kann das jetzt nicht wohnen. Ich muss hier vier Wöber kriegen. Ich kann das überhaupt nicht. Ich lade jetzt auf, sie überspringen. Lange dann dauert noch ein bisschen. Ich kann das überhaupt nicht. Äh äh äh... Langsam wird es hier warm. Dieser Spreng ist so fertig. Gehen wir mal da rein. Hier schaut sie aus. Sind sie da? Ein magisches Schloss sichert dieses Buch. Ich benötige einen Goldschlüssel. Goldens Wappen. Wird nicht klappen. Goldschlüssel. Eins von drei. Zange. Fischgräten. Neu noch ein Kamm. Goldschlüssel. Gibt's nichts mehr zu tun. Okay. Jetzt habe ich die Goldschlüssel. Goldschlüssel. Bewege die Farbkacheln. Um die Schlösser freizulegen. Da. Aha. 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 Ah. Hat geklappt. Ah, das ist da unten. Also. Klappt nicht. Das Problem ist, das Ding ist echt groß. Ah, das ist jetzt. Ich bin Bissara, Erzmager des Phönixreiches. Mein Stuhl quietscht immer noch. Hinterlasse meinen Schülern diese Worte. Nutze sie weiße. Ich möchte es jetzt nicht alles lesen. Was? Also da ist was drin. Mhm. Hier war der Phönix. Den haben wir da oben gebraucht. Ne. Wo haben wir den Phönix gebraucht? Wo haben wir den Phönix gebraucht? Also ich muss nur einen Stein abbrechen, dass ich hier herankomme. Die muss ich da oben heransetzen, sodass wir den Schnabel aufmachen. Und jetzt hier. Ah, hier habe ich eine Muschel. Hier habe ich noch so ein Gefäß. Hey, hey. Hier brauche ich so eine Muschel, ja. Scharfe Muschel. Ah. Scharfe Muschel. Sagt schon alles. Prinzess. Nein. Da wollte ich hin. Scharfe Muschel. Seil. Es fehlt das dritte Gefäß. Hier ist kein drittes Gefäß. Hier ist auch kein drittes Gefäß. Aber hier haben wir doch irgendwo die... ...den Phönix gebraucht. Sorry. Oh, ein klassisches Müllbild. Mal wenigstens strecken. Schildkröte, Kuckucksuhr. Hofeisen. Hofeisen. Schildkröte. Kuckucksuhr. Ich glaube, da werde ich das hier haben. Ach, Kuckuck. Okay, äh... Muss das lächeln? Schildkröte finde ich nicht. Hm-mm. Ah. Ah. Pharao. Hier. Rubin. 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 Ich schwitze ein bisschen. Man sieht es vielleicht. Bist du ein Rubin? Bist ein Herz. Bist du ein Rubin? Nee, du bist auch ein Auge. Jetzt sagt vielleicht ein Rubin, der so ausschaut. Ah, du bist ein Rubin, oder? Ja, genau. Ich hatte gerade die Schildkröte gesehen. Wo hatte ich die gerade gesehen gehabt? Schildkröte versteckt dich doch nicht. Okay, Kaffee, Kröte, Stern. Kröte habe ich schon gesehen, hier. Kaffee. Muss ich jetzt so eine Tasse suchen, oder Kaffeebohnen? Nö. Kaffeebohnen hier. Du bist ein Mond. Du bist auch kein Stern. Du bist auch kein Stern. Schildkröte, ich habe sie. Affe. Affe. Stern. 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 Stern, 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 Stern. Da oben. Gut gemacht. Vogel gefunden. Die Augen des Fuckes leuchten wie jene des Panzers. Er muss ein Spion sein. Hau mir die Schaufel auf den Kopf. Stopp. Wo waren die Vögel? Wo waren die Vögel? Waren die nicht hier auch irgendwo? Nee. Die waren doch hier auch irgendwo, die Vögel. Wo der Vogel gefehlt hat. Gehen wir mal zurück. Hier. Genau. Verschiebe die Vögel mit Hilfe der Fre... Pschschsch. Mit Hilfe der Freien Stellen auf die entsprechenden Nester. Also ihr hört jetzt gerade ein bisschen meine Jalousie. Also der ist da, der... Der passt. Der passt. Also ihr hört gerade wieder, wie gesagt, meine Jalousie. Ist gerade etwas laut. Ein bisschen windig ist es nämlich, zum Glück. Bei der Wärme ist ein bisschen Wind ganz gut. So, jetzt haben wir die komischen Schnappschildkröten da. Haben die da neigespuckt oder wo's? Leuchtnektar. Die haben da neigespuckt. Wunderschön. Und hier können die Kristalle verbreiten das Licht des Nektars in der gesamten Höhle. Hier ist eine Öffnung für einen Kristall. Hier habe ich jetzt die komischen Kreise. Die brauche ich hier. Äh, die komischen. Ach, Gottchen. Jetzt musste ich mir das merken. Lila. Äh, der ist lila. Raute ist li... äh... La raute ist lila. Okay, kann ich die zwei auch noch vertauschen? Okay, jetzt habe ich das. Kristall. Raute war lila. Dann stecken wir dem gleich mal den Kristall rein. Was ist los? Klick auf die Pfeilersen am Rand und rotieren. Da sind leere drei Kugeln derselben Farbe nebeneinander und sie entfernen sich. Nochmal, oder? Jetzt drehen wir ihn mal zurück. Die rote will ich da runter kriegen. Wie kriege ich die rote da runter? Gar nicht, ja? Ja. 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 Das war's für heute.